Die Mitz in Basel schlägt das Herz vor Fasnacht und wie alle Jahre gehört man zu Pochen aus dem Theatervorteil und Weiss, dass die drei schönsten Tage nicht mehr weit sind. Caroline Rasser und ihr Ensemble inszenieren im 2014-20. Pfeifferli und Regisseur Martin Schur und Dramaturg Rolf Lanski können neue Strukturen und Überraschungen an. Aus Berner bin ich an schauen, aus Integrierten bin ich rausgekommen. In einem äusserst witzigen und gnadenlos scharfzüngigen Feuerwerk von Szenen zeigen uns die Schauspielerinnen und Schauspieler im Taburettli, was Integration à la Ballouas bedeutet. Das vorderste an dieser Front steht der Schwab und Bigot, Fasnacht muss sich vor dem Karneval nicht verstecken. Ich war noch nie am Morgenstang. Ich war noch niemals mit dabei. Ich ging noch nie mit einer Lappe durch. Den Klaus-Theo Gärtner kennen wir als deutschen Fernsehkommissar Maptula und staune darum nicht schlecht, dass er sich im Kreis der Basler Fasnachter integrieren möchte. Dass das möglich wird, verdanken wir den musikalischen Einlagen, bissigen Schnittsubenken und einem bestechend guten Schauspielensemble. So wie selbst Stieg als die Berner integriert wurden, durch die Kraft des Lachen, die jede Lücke schliesst und auch vor dem Witz und der Kritik an sich selber nicht halt macht. Und als Emmettaler sage ich, die Pfeifferli 2014, vorwärts, Marsch. Die Schwaben können, vorwärts, Marsch! Die Pfeifferli mit Radetzky Marsch! Und das nächste Jahr, da macht man dann so Harnik-Hörer-Mundle. Die Arme lernen hier drinnen weg, sodass sie schummeln können. Das Wein und das Wein, und das Wein, und das Wein, und das Wein, und das ist ein Stein, und das ist ein Schuss, das ist ein Wein, aber wenn wir nicht klappen, nein! Wasser, und wenn jetzt kommt's los, wir tanzen's Basel ganz kaputt, Frau Rasser, nach diesem hervorragenden Pfeifferli ist man fast ein wenig versucht zu fragen, seid ihr Europa-kompatibel? Das wissen wir eben nicht so genau, darum gehen wir da auf die Spur mit diesem Pfeifferli. Aber integriert fühlt ihr nicht? Ja, also, das habe ich mir gar noch nie überlegt, wir sind so damit beschäftigt, die andere zu integrieren, ich weiss gar nicht, wo und wie ich noch integriert bin. Wie seid ihr zufrieden mit der Aufführung? Ja, ich kann jetzt das nicht wirklich objektiv beurteilen, ich bin natürlich wie alle anderen ein bisschen von Lampenfieber geblokt, aber ich denke, das Publikum hat eine Freude gehabt, das ist eigentlich auch das, warum wir so eine Pfeifferli machen, um den Leuten Freude zu machen. Wie ist die Arbeit mit dem Herrn Matula? Sehr angenehm, es ist wirklich ein toller Kollege, humorvoll, diszipliniert, engagiert, ohne Allure, also eine sehr positive Erfahrung. Und wir müssen nicht Angst haben, dass Basler Fasnacht von Deutschland übernommen wird. Jetzt wollen wir schauen, was passiert. Schlimmstenfalls müssen wir uns halt wehren. Herr Burkhardt, wie hat Ihnen die angekündete Erneuerung vom Pfeifferli gefallen? Wir sind Fasnacht gelebt von ständig neuen Ideen und auch wieder Veränderungen. Und das ist jetzt ein Weg, den man gehen kann. Das ist ungewohnt. Wir müssen es einmal zuerst erlebt haben. Ich finde es einen gelungenen Auftakt zur Fasnacht. Ich freue mich auf die Fasnacht. Ich finde, sie haben es gut gemacht. Kompliment an die Schauspieler, die wirklich eine gute Leistung gebracht haben. Herr Wüthrich, fühlt ihr euch nach dieser Aufführung integriert? Das ist ein bisschen schwierig, von meinem Dialekt her schon natürlich. Aber ich lebe ganz gerne in der Region und ich finde es auch spannend, wenn man eben Stücke von aussen kann, die Brüche, die Kultur oder das Teichen, die hier üblich ist und verbreitert ist, lernen zu kennen. Hat Ihnen der Herr Matula gefallen? Es ist natürlich faszinierend, wenn man jemanden, der ganz weit weg ist, so wie offenbar er auch vermisst, wenn wir nicht nahe sind, das Publikum, wenn man dann ganz fast zum Anrühren nach hat. Das ist eine ganz spezielle Erfahrung und hat auch eine gewisse Faszination für mich. Herr Stolz, wie haben euch die angekündeten Erneuerungen vom Pfeifferli gefallen? Sehr gut, es sind sehr ernsthafte Themen, gut Basel ist verpackt, mit einer Prise Humor. Fühlt ihr euch sozusagen integriert nach dieser Aufführung? Ja, ich selber schon, ich bin in Basel geboren und aufgewachsen, das ist gar kein Problem. Wie gefällt euch der Herr Matula? Sehr gut, er hat auf diese Art etwas Neues reingebracht und das hat sicher bereichert. Herr Rocchi, wie hat Ihnen die Aufführung gefallen? Es ist eine Premiere, alle waren nervös, aber diese Mission, diese Begegnung zwischen Fasching und Fasnar war couragevoll, und ich finde, es ist gut, es ist sehr gut. Es entspricht auch unserer neuen Realität. Könnte man sagen, es ist Europa kompatibel? Also, in der Schweiz, Europa ist eine Geografie, eher als eine Politik. Ich glaube, wenn die Schweiz europäischer wird, der erste Teil, der zu Europa gehört, ist Basel. In Basel, wir leben mit Passport, wir leben mit Euro, wir sind praktisch in Europa mit den Vorteilen von Europa, Schweizer geblieben zu werden. In diesem Sinne, ja, ich glaube, wir wissen, was Europa ist, mehr als wahrscheinlich andere Teile der Schweiz, und wir haben Deutschland, wir haben Frankreich, aber wir bleiben Schweizer. Danke viel, immer noch. Herr Bröckelmann, wird Passport von Deutschland übernommen? Ich würde eher sagen, Deutschland von Basel. Weil, lange hat Deutschland nicht zur Eidgenossenschaft gehört, und das hat man dann 1501 geändert, aber haben sie dann nachher wieder abgegeben, weil sie ein bisschen viel gekostet haben. Und auch heute ist einiges geändert worden. Wie seid ihr zufrieden mit der Aufführung? Ich habe vor allem auf meine Frau geschaut, auf die Zahl der Meijans, und ich muss sagen, sie hat einmal mehr einen Top-Job gemacht, wie alle auf der Bühne. Es ist eine Premiere, klar, noch ein bisschen technische Sachen, das ist normal, aber das ist es im Theater. Das entsteht, das entwickelt sich, und das wird noch kommen. Also noch ein bisschen mehr Rhythmus, und so weiter, aber grossartig für eine Premiere, tip top. Mir hat es sehr gut gefallen, ich muss sagen, ich kann mich jedes Jahr lernen, und jedes Mal ist wieder etwas anderes da, oder? Und jetzt sind natürlich noch deutsche Gäste dabei, die mitmachen, und ich finde, das soll es sogar auflockern. Also wenn wir nicht sonst noch immer in Basel dabei sind, und vor allem musikalisch hat es mir sehr gut gefallen. Die Vermischung vor Fasnacht und vom Wasching? Ich muss sagen, es hat mich jetzt selber nicht gestört, in Teilen hat das fast nicht so gefallen, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht gestört. Ich finde es sogar noch lustig, dass man das reingenommen hat in den beiden Sachen. Herr Möhr, wie hat Ihnen das angekündeten neue Pfeifferchen gefallen? Ich muss zwei Sachen vorausschicken, ich bin das erste Mal in einem Pfeifferchen, also bin ich noch nie in Genuss davon gekommen, das ist das erste Mal, dass ich es gesehen habe, und zum Zweiten, was viele Leute natürlich nicht wissen, ich bin nicht Basel, sondern ich bin Zirch. Und da schaut mir das natürlich aus einer ganz anderen Perspektive an, also ich bin natürlich da reingesessen und habe darauf gewartet, was kommen alles für Seitenhieb auf uns armen Zürcher. Und es hat mich sehr, sehr amüsiert, es hat tolle schauspielerische Nummern drin, vor allem im zweiten Teil, die Frauenquote-Nummer, am Anfang der Besuch von dieser deutschen Familie, bei dieser Basel-Familie, und dann der Klaus-Theo Gärtner natürlich, der spannend war, einmal live zu sehen auf der Bühne, und dass man ihm auch Raum gelassen hat am Schluss für die persönlichen Worte, das war sehr berührend, berührend gewesen, und ich muss also wirklich sagen, es ist spannend, und ich fange so langsam an, ein bisschen den Basel-Humor, die Basel-Freude an der Fasnacht, das Leben von der Fasnacht ein bisschen zu spüren. Und mit dem Inhalt vom Stück fühlt er mich jetzt integriert? Nein, natürlich überhaupt nicht, ein Zürcher kann sich gar nicht integriert fühlen in Basel. Da ist natürlich immer, das ist der Reingrabe, das ist nicht der Rösti-Grabe, oder wie man dem selbst sagen, aber nein, es ist wirklich, ich finde es irgendwie schön, dass die positive Rivalität zwischen Basel und Zürich besteht, also dass man das irgendwie aufrechterhaltet, und von dem her habe ich mich total geborgen und wohlgefühlt an dem heutigen Abend.